Welche Wirkung hat Ashwagandha auf den menschlichen Körper? Ashwagandha ist eine Deptogen und hat damit eine ausgleichende und zugleich stärkende Wirkung auf den menschlichen Körper. Adaptogene sorgen dafür, dass unser Körper in stressigen Phasen keinen großen Schaden erleidet. Dies geschieht beispielsweise durch die Senkung des Stresshormons Cortisol. Welche Nährstoffe enthält Ashwagandha? Die in Ashwagandha enthaltenen Nährstoffe sind sehr wirkungsvoll. Unter anderem finden sich folgende Inhaltsstoffe in dem Heilkraut. Was kosten Ashwagandha-Kapseln? Zwischen den verschiedenen Ashwagandha-Kapseln kann es große Preisunterschiede geben. Je nach Inhaltsstoffen und Qualität der Kapseln ist der Kostenpunkt unterschiedlich. Die Preisspanne liegt in etwa zwischen 46 Euro. Wo kann ich Ashwagandha-Kapseln kaufen? Ashwagandha-Kapseln gibt es sowohl im Reformhaus, in der Apotheke, in zahlreichen Online-Shops, als auch in gut sortierten Drogerie-Märkten zu kaufen. Welche Alternativen gibt es zu Ashwagandha-Kapseln? Ashwagandha kann in vielen verschiedenen Formen konsumiert werden. Jede Darreichungsform hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Im folgenden Abschnitt werden wir dir eine kurze Übersicht über die Alternativen zu Ashwagandha-Kapseln geben. Was zeichnet Kapseln mit tierischer Hülle aus und was sind ihre Vorteile und Nachteile? Kapselhüllen aus tierischer Gelatine sind die wohl bekannteste Art unter den Kapselhüllen. Gelatine wird aus dem Bindegewebe verschiedener Tierarten hergestellt und hat damit einen hohen Kollagenwert. Es besteht zum größten Teil aus Eiweiß. Hat kein Fett und keine Kohlenhydrate. Was zeichnet vegane Kapseln aus und was sind ihre Vorteile und Nachteile? Ashwagandha-Kapseln ohne tierische Inhaltsstoffe sind besonders für Veganer und Vegetarier. Interessant. Doch auch für Menschen, die aus religiösen Gründen keine Gelatine verzehren möchten, sind pflanzliche Kapselhüllen eine gute Alternative. Vegetarische Kapseln sind auch häufig mit Halal- und Koscher-Zertifizierung erhältlich. Was zeichnet Kapseln mit Wirkstoffkomplex aus und was sind ihre Vorteile und Nachteile? Kapseln mit einem Wirkstoffkomplex vereinen zwei oder mehrere Nahrungsergänzungsmittel in einer einzigen Kapsel. Wie viele Ashwagandha-Kapseln sollte ich zu mir nehmen? Die optimale Dosierung entnimmst du am besten dem Beipackzettel deiner Ashwagandha-Kapseln. Diese ist nämlich von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Hauptsächlich kommt es dabei auf den Vitano-Lit-Gehalt an. Wann sollte ich Ashwagandha-Kapseln am besten einnehmen? Willst du die Kapseln nur einmal täglich einnehmen? Empfiehlt sich eine Einnahme während dem Frühstück? Welche Nebenwirkungen kann Ashwagandha auslösen? Bei einer normalen Dosierung von bis zu 600 mg Wurzelextrakt pro Tag sind keine Nebenwirkungen zu Erwarten. Überdosierungen können allerdings zu Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall führen. Wie lange darf ich Ashwagandha-Kapseln einnehmen? Die meisten Hersteller empfehlen die tägliche Einnahme nach ca. 4-6 Wochen für eine Woche zu pausieren. Danach kannst du mit der Einnahme wie gewohnt fortfahren. In welchen Fällen sollte ich auf die Einnahme von Ashwagandha verzichten? Während der Schwangerschaft und in der Stillzeit sollte auf die Einnahme von Ashwagandha verzichtet werden.